so wer muss mal das ist jetzt ein wort aus was du zeichnen musst und wir müssen es ran und wie raten wir das einfach reinschreiben oder rechts unten reinschreiben genau rechts das richtige wort er könnte dann automatisch da oben siehst du wie viele buchstaben da sind und in dem fall zwei wörter er schreit doch blanke erkennt es halt was ist das denn hast zwei wörtern brennt im storch der schnabel oder was ist das brennt im storch der schnabel kommt man drauf ne ich erkenne das in der mitte nicht in der mitte ich dachte ich mal schon kragelige linien aber du hast ja hast du erlebt dich einen anfall beim hauen oder was ha 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 ich habe keine ahnung oder warte wir malen mal die sonne hier vielleicht besser vielleicht, wow Häää? was hat das mit Sherlock Holmes? dass war ne Lupe ja ach ich bin dran ok warte fuck du hast nur verschiedene farben hoor Ja, ja. Und das ist cool. Das ist schon was neben, was wir erraten können, weil du kriegst ja auch nicht viele Punkte, wenn wir es nicht erraten können. Ja, hauptsinn. Was ist das denn? Hä? Hä? Wow. Keine Ahnung, wie das wette Zeichen sein soll. Lol. Was hat er alles wieder gemacht, Bart? First try. Ja, war einfach, ne? Ja, ne? Was soll das sein? Aber das ist doch ein Ballon. Nein, das ist, äh... Guck mal, oben stehen zwei Buchstaben. Genau. Siehst du auch oben, wie viele. Keine Ahnung. Ah. Oh. Die Mitte war doch ganz klar. Ach, ja. Ich wusste das mit den Buchstaben, ne? Ne? Boah, das ist süß. Ich wusste das mit dem Buchstaben, ne? Ich wusste das mit dem Buchstaben, ne? Ich wusste das mit dem Buchstaben, aber das ist nicht. Hä? Lol. Easy. Oh, lol. Easy. Ist nur noch hier, David. Nicht so kompliziert denken. Oben steht schon Anfangsbuchstabe. Oh, wow. Ja, lass mal ein N weg am Ende. So gut, oder? Warum vertippen? Sei froh, dass er ein N dran gemacht hat und kein I. Und kein was? Kein I. Urlaubi. Urlaubi. Freizeitli. Ah, hier. Ne? Easy. So, ja. Easy. Manchmal auch so. Oder so. Also, naja, das soll vier eigentlich sein, ne? I. Fruit. Choosing a word. Parallel-Universum. Ja, wow. So. Jetzt nehmen wir es. Die Quotenplanke. Ja, die Quotenplanke. Nein. Nein, Phil. So. Ähm. Disney. So. Ach, hier. Äh. Hä? Ach, hier. Ja. Ah. Das ist cool. Was gibt's denn da zu lachen, Frau Mohr? Was ist das denn? Loll. Mega easy, oder? Das war einfach. Hä? Wie, das war einfach. Hä? Hä? Ach, hier. Mal den noch an, am besten. Ah, nee. Ich weiß es. Äh, äh. Ganz einfach. Nee. Ah! Mann. Tacho. Tacho. Alter. Ich kann das Wort nicht nehmen, aber ich sag es trotzdem. Gandal. Also, ich nenn das Wort nicht, ne? Ich lässt es nicht. Ich hätte Gandal echt so ausweilen. Alter. Einen alten Bartli mit nem Joy, ne? Oder nem Pfeife. Hörst du den jetzt wieder? Gandal, die Mitte. Wut? Das ist ein Ausreder. Hä? Ach, das ist doch hier, äh, hier, äh. Ne? Ja, hier. Ne? Was ist denn das? Das soll, das soll... Was da? Eine Kulisse darstellen. What? Also, das ist schwarze, nur, das ist aber nicht das Wort, ne? Also, das Wort ist das Männchen da. Das Männchen. Kein Bock, das jetzt auszufüllen, deswegen mache ich das gerade nur so hässlich. Hä? Oh, das war's falsch. Was soll das denn sein? Ach, das hier, ah, ah, ah. Ne. Hä? Das ging um das Männchen. Außerirdisch haben wir doch geschrieben. Ach, aber SZ. SZ, guck mal, wir haben das alle drei geschrieben. Hätt's falsch geschrieben. Ja, wow. Wer schreibt denn heute schon mit SZ, Mann? Wenn man wird, er zu kompliziert denkt, ey. Aber Telford fand ich gut. Seidem ähnlich. Hier wohnt auch noch einer. Hier hinten irgendwo wohnt dann auch noch einer. Hä? 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 Die Hauser von den sieben Zwergen, oder was? Ach ja. Noch eine Sonne. Hm. Äh, 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 äh. Ach, nach, was schafft. Ich freue mich ab, was los ist. Dieser Vorsprung. Die können sich ganz schnell reduzieren, mein Freund. Ja. Was ist das denn? Ja, warte doch mal. Ich muss ja da anders denken, weil bei der Schweiz ist alles anders. Ach nee, wie heißt das denn? Das hast du letztes Mal sogar auch gemacht. Ja, es sind nicht gerade zusammen, aber man kann es, ja. Ja, es ist ja wirklich nicht schlecht gezeichnet, ne? Ja. Ja, das kann man erkennen. Was, Wodka? Wow, kann man auch noch herstellen, glaube ich, ja. Ja, klar. Wodka wird aus Kartoffeln gemacht. Jetzt hat man Deutsch an gemacht. Boah, das ist so guter Ton. Achtung. Oh, jetzt. Ja, auf, man nimmt aus, ne? Nichts das rumspielen. Danke. Was ist das denn? Hä? Sam, alles gut? Soll ich mal Arzt rufen? Nein! Wieso ist das falsch? Hä? Wieso ist das? Hä? Was geht es denn jetzt? Hä? Hä? das schreit nur tötet mich kriegt man bei Pferd noch nicht mal einen Klo wow wow ein Babypferd ne ja aber ein Babypferd hat keine keinen Sattel auf ne warum nicht, jetzt kannst du auch Pony reiten ja wow er reitet doch schon Pony jetzt aber nothing can destroy mein Lieblingstier so versaut Frau Moor kommen sie doch einfach in den Discord und malen sie mit wie kommst du denn auf Frau Moor sie guckt zu aber ja 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 okay ja 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 Ist das eine Mutter und ein Brett oder was? Oh, ich sollte noch drücken. Wow. Was ist das? Achso, ich weiß was. Schreib dich. Ja, war zu langsam. Hab mich vertippt. Dann sitzt gleich ein Igo hier drinnen und freut sich. Besteht eigentlich auch irgendwo eine Zeit, die abläuft? Ja, oben links. Oben links? Ach, 14, 13. Ich hab keine Ahnung. Mensch, das fährt da lang. Ja, ich bin klar, aber ich hab trotzdem keine Ahnung. Juhu. Ich kenn das nicht. Das kann er nicht lesen, wenn du schreibst. Achso. Also, wenn du fertig bist, kann er es nicht lesen. Ah, ach so, ich war mir so. Ja, die Looping sahen schon ein bisschen komisch aus. Danke für deinen Host. Danke. Und jetzt aufstehen. Ja, du musst aufstehen. Ja, das wollte ich auch. Bist du das gerade am Streamen oder was? Natürlich. Auch so, ey. Dann kann man ja jetzt voll hier ähm, spicken. Wenn du dran bist. Nee, 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 das sieht aus. So gewinnt Jacky bestimmt die ganze Zeit. Ja, ja. 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 Was ist das denn? Das ist doch hier so mittel. Ach, ich weiß es. Nein, doch nicht. Nein. Aber so ähnlich, ne? Was macht man, äh, wenn man ne Flasche ans Schiff wirft, hintern an den... Das soll ein Schiff sein. Ja. Aha. Aha. Nur falsch geschrieben. Man muss natürlich überschreiben können, ne? Ja, ja. Aber ey, man darf auch nicht vorzeigen. Das muss wirklich beim Malen bleiben. Ich wüsste was, pass auf. Was kommt jetzt? Ein Pferd. Wer ist das denn? Ein Hund? Ein Schreibtisch? Wow. Ach, ja. Nee. Ja. Ja. Ohne Bus? Das war einfach, ne? Ich hab bloß das Haar dann in dem Schild gesehen. Hier kann bloß irgend so was sein. Was soll ich hinternehmen, bitte? Paralleluniversum. Wow, jetzt sind der Autorotisch, wow. Ach, du Scheiße. Wieder voll. Wow, richtig einfalt. Was ist das denn? Ich muss den Hintergrund mal eben machen, sonst erkennt man das nicht. Was soll das denn sein? Mit Fußladen, mit Sahne? Was? Ob er das rauskriegt? Hab ich schon. Das brauche nur so ein Keks sein. Du sollst doch nichts verraten. Ja. Das war einfach. Ach. Im Prinzip steht's das schon. Man muss es doch noch abschreiben. Das hatte ich nicht gesehen. Die waren alle drei scheiße und er hat das automatisch gemacht. Ach du Scheiße. Das ist einfach hier. Pass auf. Nein, halt das. Darkroom. So ähnlich. Ey. Oh! Was? Was? Heavy is closed. Ach so, da muss ich auch ein Trend-Dings dazwischen schreiben. Sag das. Achso. 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 Was ist das denn? Ne, fünf Frühstaben, was? Toll. Das sieht einfach so zum Schießen aus, ne? Was soll das sein? Was soll das sein? Made. Ey, oder? Bei den Karten habe ich geschrieben, aber kann es ja nicht. Ich habe das dumm so gar nicht gelaufen, ey. Lust, er wartet hier sofort. Ja, zweit. Ähm... Ach, tsch... Ähm... 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 Ja, anders geht's nicht. Die waren schon wieder alle scheiße. Ähm... Behindert... Nee, behindert ist es nicht. Doch. Wie soll man das... Wie soll man das malen? Äh, die waren alle schon wieder... Ach so anscheinend nicht. ...bescheuert. Das kann ich nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr machen. Nee, irgendwie. Ja, erkennt man, was das ist, oder? Ja, erkennt man, was das ist, oder? Mann! So machen. Na, David, jetzt logischer Menschenverstand. Oder einfach nur ablesen. Ja. Oder einfach ablesen, ja. Ich meine, er war so fair. David ist bestimmt eingeschlafen. Nee, aber beinahe. Da fehlt das Zykuli. Das wäre nicht schlecht. Schläffli! Nee, da fehlt das... Das Stöffli. Ja, genau! Was ist das denn? Invision Malz. Das ist... Hä? Loll, ist das dein Ernst? Ja, natürlich. Alter. Oh, fuck. Ah. Musst du ein bisschen weiterdenken. Ja, aber einfach nur Deutsch denken, ne? Deutsch denken, was? Deutsch denken, Kartoffel. Oh, Gott. Franch. Das ist auch wieder ganz einfach. Hast du bei einer Limette auch gesagt? Kurbenplanke. Was ist das denn? Ach ja. Was sind das bitte für Wörter? Ich hatte mal dastehen, das Paralleluniversum. Keine Ahnung, wie man sowas malen soll. Wie es jetzt alles ist und dann einfach das Gleiche nebendran auch. Ja. Ja. Schwarzen Hintergrund und dann weise Punkte. Was ist das denn? Kuchenschuh, Mann. Das war ganz einfach. Ich bin ein Spinner. Mensch, da wält. Ich weiß nicht, wie man dem sagt, was? Sag's doch uns und wir sagen es dir, ob's richtig ist oder nicht. Ja, passt, 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 passt. Ja, Heber, wow. So sagt man bei uns das niemals. Was ist das denn? Das heißt Kribbel.io? Kort den Heberli. Nein, Kort den Schauberli. Ja, hör auf mit dem Lie und... Krochenkästli. Ja, Flixli. Ja, Flixli. Ja, Flixli. Ja, Flixli. Wow. Das ist Jochen. Ich wollte gerade Zell fortschreiben, aber du bist ja am Stream. Aber es geht eigentlich... Alter! Alter! Ich hab das doch echt geschrieben. Ihr seid ja nah dran, aber es ist halt... Es ist halt nicht so, ne? Alter! Alter! Anonso! Hä? Als ob ich wüsste, was das ist! Ich bitte dich! Wow! Kommt in die Scheißfliege her? Boah, es gibt mir die ganze Zeit so riesengroßen schwarzen Punkt. Weil ich es kann. Oups! Alles klar? Ja, super. Wie viele Farben willst du noch machen? Ich wollte hier oben dran eine andere Farbe machen. Nein. Wir haben jetzt gleich alle Farben durch. Das ist ja ein Muster. Zickzack. Alter. Zickzack. Schräge. Oh, jetzt. Weiter. Hä? Ach! Nee, dann das. Sieht ja schon aus wie ein Mal. Das ist der Carsten, ja? Den nennen wir jetzt Carsten. Wow. Der Carsten, der hat ganz lange Arme, wie man sieht. Du sollst das nicht erklären, du sollst das malen. Fuck mal. Ja. Ja. Ich hole auf, ne? Muskeln ist close. Dann ist es eine Muskel. Ja, ja. What? Okay. Okay. Zwei gemalt. Zeps. Okay. Na, schau. Drei Buchstaben? Ja, ja. David müsste das eigentlich wissen. Na, sag ich doch. Ähm. Huh. Hä? Hallo? Fast, fast. Der erste Buchstabe passt nicht. Der erste Buchstabe passt nicht all. Okay, ja. Sieht jetzt was anderes aus, ne? Ich hätte auch gedacht, das sind zwei Beine und der hat zwei Penisse. Das kann auch noch. Jetzt aber. Mist. So, den nennen, ne, die nennen wir jetzt, ähm, Aline. Die geile Biene. All right. Sag einfach das jetzt, Frau Moor. Hä? Na, 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 na. Dumb, dumb. Dumb, dumb. Es gibt einen, der zu dir hält. Dumb, 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 dumb. Mein Alter, dein Ernst? Ja, natürlich. Mal doch das Gesicht noch kleiner. Ja, wow. Was soll ich dir eine riesige Fresse hinstellen, ne? Sam hat's gewusst, ne? Ja. Ja, du musst raten, nicht gewusst. Nee, nee, nee. Oh, der hat ein Handicap. Angeleintes Kind? Ja. Warum ist das Kind angeleint? Das war easy, oder? Das darf halt nicht alleine. Wieso hat er eine Leine um den Hals? Ach so, nee, meine, ich hab ein scheiß Mausbett und meine alte Maus ist dran. Und die springt sich natürlich immer zack aus dem Bild raus, weißt du? Oh, langes Wort, das ist schwierig, ne? Das sieht sehr aus. Wollte ich das überhaupt hinkriechen? Ja. Ach hier. Ach, geht eigentlich. Hä? Ach so. Hä? What? Oh, Katzen, Schwoff. Stimmt doch, so mit den Farben, ne? Oh, passt. Kann man erkennen. Ach hier. Äh. Tausend Füßlein mit vier Beinen. Ja, ja, ja. Kacke. Mal da, warte ich mal ab. Eichelhörnchen. Eierhörnchen. Eierhörnchen. Wow. So. Also, wie machen wir denn das? So. Ein, gib mir mal einen Stift. Und dann haben wir hier, zack. Wow. Eierhörnchen. 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 Fick dich. Eierhörnchen. Ähm. Oh, man. Oh, man. Ja, wow. Warte, nicht schreiben, malen. Wow. Hä? Warte mal, bist du gezeichnet so? So. Komm, das Gabel. Ich habe das hier verwechselt, Gänsefässchen. Was? Ich habe es mit Gänsefüßen verwesselt. Ich habe keine Ahnung, was er von mir wollte. Du musst nur das Rechte sehen. Ach, hier. Ach, hier. Mann. Ja. Wieso kriege ich denn immer so einfache Sachen? Was kommt jetzt? Bin. Hihi. Stuhlgang. Ach. Du kriegst nur Scheißwörter, ne? Komm, nimm jetzt die Blanke. Okay. Die wird da niemals drauf kommen, leider. Das ist schon das Leichteste eigentlich. Komm, tun wir doch an, wie du zeichnest, ne? Ja. 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 Die Farben stimmt nicht. Ist mir egal. Ja. Ja. Als ob er es schafft. Ja. Schön gefistet, ne? Äh. Lol, euer Ernst. Alter, nee. Das gibt's hier als Wort. Das ist falsch rumgeschrieben, Sam. Masterchef, ne? Ja, aber Google schreibt man so und Google... Ja, genau. Das dachte ich mir auch so. Scheiße. Also, wir haben das hier, aufpassen, ne? Aufpassen. Und dann haben wir... Gib mal ein Steff. Dann haben wir das hier so hier, ne? Und dann gibt's halt hier welche, ne? Und dann gibt's hier welche. Und dann gibt's hier einen. Ja, wow. Ne? Einen in der Mitte, ein schwarz und ein Stürmer. Das ist Stürmer, genau. Ja, ich hab keine Ahnung vom Fußball, ne? Wer pfeift denn? Der Quotennäger. Gibt's da für extra Punkte? Wow. Habe ich geschrieben am Anfang, aber falsch. Mit Z? Ja. Hier, die Schreiber schreiben doch, wie sie sprechen. Ja, stimmt. Ja. Schiedsrichter. Deswegen ist aus denen jemand so worden. Ja, ja. Ja, ja. Genau. Du kommst mir recht freundlich, ne? Was ist das denn? Ach, jo. Nee. Hä? Wow, nein. What? Von hinten. So schwer ist es ja nicht. Nee. So. Wieso? So. Dann nehmen wir das hier. Machen wir einen zweiten Pfeil hin, dann sieht man's doch sofort. Loll, oder? Alter. Alter. Da muss man erst mal drauf kommen. Überholverbot. Ah, ich wollte's grad schreiben. Ah. Oh Gott, ja. Ich krieg wieder mega einfache Wörter. Das ist doch eine Kacke. Mach auf jetzt. Hä? Alter. Hat der Maul einen Clown solche, oder was? Ja, wieso? Stimmt mein's nicht? Nicht ganz. Der hat das Horn ja nicht hier oben, sondern wo hat der das Horn? Auf dem Rücken. Auf dem Rücken. Das ist ein Popohorn. Ah, ja, wow. Sieht ja hier raus irgendwie, seh. Die kommen in die Schweizer Berge nicht hoch, deswegen kennt er das nicht. Wow. Ich war schon auf dem Kontinent Afrika, ne? Nur so als im... Du. Aber ja, ne? Unfreundlich, die Deutschen, ne? Ei, ei, ei. Was ist das denn? Ah. Warte. Ja. Ne, mit Pau. Könnte ich verkrüppeln mit Menschen, ne? Warte. Da muss man erst mal draufkomme, ja. Hey. Da vorne ist ne Bühne. Wow. Wofür der Hergument ist jetzt besser? Wie oft willst du das auch schreiben? Kack, hoe fair? Wow. Äh. Äh. What? Ach du Scheiße. Oh Gott. Äh. Ja. Hm? Aha. Äh. Äh. Mal hin, das jetzt. Äh. Ach so. Äh. Äh. Hab ich mir geschrieben? Naja, ne. Direkt. Äh. Geht schon um das da? Ne? Also das. Und das da. Braune Flasche. Ach, ich hab mich verlesen. Ah. Wow. Brieföffner. Ich hab dir Öffner gelesen. Wow. Wah. Wow. произошięcy. Bis zum nächsten Mal.